Oh, also Stopp-Attacken machen ist ne ganz cool, ich kann mir aber merken, ich kann es nicht machen. Aber ich wollte das Ding nicht aktivieren. Ja, so sollte man es vielleicht auch nicht machen. Hallo, schweben. Ja, natürlich. Boah, ich bin echt, das nervt mich nicht mehr. Ich bin echt, ich bin echt, ich bin echt. Da, 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 da. Das war's. Das war's. So ist der Raum jetzt für Spreit? Ich glaube ja. Und das heißt wir können mit dem Erkunden beginnen. Okay. Okay. Ja ich weiß es ist eigentlich der spannendste Gameplay aber... Ich hab das gedrückt! Ich raste aus ey! Ich hasse das! Ich hasse die Steuerung! Ich hab das gedrückt! Ich hab das gedrückt! Ja bevor ich hier noch richtig sauer werde. Probieren wir erstmal was passiert. Welche Tasten fester drücke ja? Hoch da sind ganz viele. Ich hab das aus den aktiviert. Wurde gehen. Ja dann kann ich den Abgrund springen. Ja oder so. Ne ich mach erst Fisch frei. Ja. 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 Ich kann das einfach nicht mehr ne. Das hat mich so aufgeregt, dass dann einmal diese Steuerung versagt hat. Dass ich jetzt so sauer bin. Dass ich mich auch einfach nicht mehr konzentrieren kann. Ja. Warte schon. Du denkst du könntest mich besiegen? Ja kannst du, weil du mich verarscht! Und natürlich machst du deinen Propeller jetzt nicht an! Mach deinen Propeller an! Mach deinen Propeller an! Crodale an! Mach deinen Propeller an! Mach sietrisch! Mach deinen Propeller an! Mach, mach , mach! Machhle sieться mehr! Mach 1! Mach 1! Mach gewres! Das war's. So, ich hab nen Plan jetzt, wie wir das machen. Und zwar... Jetzt verlier ich erstmal das Leben. Und jetzt holen wir erstmal diese ganzen Sachen hier. Okay. 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 Was kann ich das denn? Weil ich kann ja nicht Ich muss ja irgendwie da fliegen können, wenn ich die gehabt habe Ja, alles klar Super Leistung hier Ja, was soll ich denn machen? Ich bekomme ja kein Leben Ja, und dann kann ich wieder nicht rein, weil dann macht der Propeller nicht an Ich bin sehr ehrlich, ich mag dieses Level-Age überhaupt gar nicht Ja, ich kann ja nichts machen Ich kann ja nichts tun Man kann ja nichts tun Ja, einfach Das ist nicht Sorry, aber Ja, ich kann ja alle nicht ran, ich kann ja machen was ich will Sollte ich vielleicht einfach aufnehmen Ja, wieder WB Es macht keinen Spaß gerade, sorry Jetzt sind gerade echt wieder so ein Punkt angekommen Das macht einfach keine Spaß dieses Spiel Ja, weil ich kann nichts tun Die blitzen mich weg, bevor ich die erreichen kann Ich muss die aber irgendwie besiegen Ich muss die aber irgendwie besiegen Ich muss die aber irgendwie besiegen Ich hab den Spaß meines Lebens Ich bin mir da jetzt mal mehr verkehrt Obwohl, das war jetzt wieder gut von mir auch mal Oh, endlich geschafft Und damit haben wir den ersten Flug wieder aufgeschafft Und damit haben wir den ersten Flug wieder aufgeschafft Ey, du bringst mir Glück kaum ein bisschen wieder Dann läuft's wieder So, und jetzt müssen wir hier unten erstmal Das ist ja eigentlich nett an Aber ich kann ja nicht nur mal eins sein, ne Ja, die hab ich alle eingesappelt hier schon, ne Ja, die hab ich alle eingesappelt hier schon, ne Aber das ist offensichtlich nicht der Fall Hab ich nie mehr übersehen, den hab ich auch eingefallen Okay, gut, dann speichern wir mal 299 hier ab, ja Da haben wir schon mal den Leben, das wird schon mal nicht einfach Ja, blindjob Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Aber ich kann da stehen Okay Wie kommt man dadurch ohne Leben zu verlieren? Okay Und da bist du es. Ich weiß nicht, wie ich kann man ever verlieren щёn ays Jetzt muss ich nur wundern auf diese Strahler. Jetzt. Ich muss leider noch mal zurück. Ja, genau so will ich's machen, genau so wollte ich's machen, ja genau so. Absolut, das war mein Ziel. Mensch, das war dein Ziel, das war dein Ziel. Das ist wirklich sehr wichtig. Sehen wir es nicht so genau, das ist wichtig. Wir schauen auch den Ziel zu auch, da, was wir da haben. Ich denke, wir gehen. Ich werde mich herumsehen, aber幽sen-Geretz zu machen. Ich bin mir nicht gut so, dass ich das zu machen kann. Das ist mehr, wie man dann auch fliegt im Ex zu sein. Ja, bleiben. Auf jeden Fall bleiben. Ich bruch dir ne Wochenende! Wupp wupp! Sehr nice, was ihr seid ihr gegönnt. Im Gegensatz zu mir, weil es ist jetzt hier echt schon wieder Mist gewesen, aber ich bekomme ja ein neues Leben. Warum ziehe ich für ein Stück da nochmal zurück? Bin ich ehrlich hier. Jetzt werde ich zu ungeduldig, naja. Ja. Ich möchte die Fünffall auch haben, ne. Ich möchte natürlich da dran kommen, ne. Naja, ich weiß jetzt wo das ist, aber... Naja, ich weiß jetzt wo das ist, aber... Die Fünffall. So, was gibt es da dran? Ist der Fünffall? Akte funktioniert nicht warum funktioniert Ausrufezeugen Akte nicht? Bist du da? Moment, ich guck mal eben was ob der Bot Connected ist Ne, der Bot ist da Vom Bot her müsste alles funktionieren Ah, ich hab den Bot jetzt neu gestartet deswegen jetzt grad das Error Ne, ich hab den grad neu gestartet, alles gut Das war klar, dass das jetzt passiert, der ist ja noch am Connecten hier Ich hab ihn jetzt einmal disconnecten lassen und dann müsste der gleich wieder gehen Hoffe ich Wir geben mit dem Bot erstmal kurz Zeit und dann gucken wir mal weiter, ja Entweder Entweder oder Ja Das war Ich wollte dieses Darts einfach einmal zu Motoren dass ich mich auf diese Seite habe Ich kann euch so ich kann euch das Wie komm ich nach da oben? Jawohl. 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 Das ist ja auch schon weg. Jawohl. 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 Was ist das? Ja, so auf jeden Fall nicht. So ist auf jeden Fall richtig doof. Nee, ich möchte bleiben. Natürlich will ich den Dirty-Dürfste Art. Wie man will. Kann sich da gerade einer verpuckt hören? Oh. Wie komme ich da dran? Ich mache mir Gedanken drüber, wenn ich das hier fertig habe. Ich speichere das jetzt erstmal ab. Erstmal dann spare ich einen, was wir haben. Sobald ich die Mütze jetzt einsammeln, haben wir es geschafft. Ich frage den anderen mal. Das ist auch hier wahrscheinlich nicht. Aber ich muss halt hier hier. Ja. 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 Jetzt kommt jemand zur GH. Och, Mann. Wenn ich jetzt was Leben hätte, würde ich schon gern behalten. Ja. 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 Ey, mein Schuh hat die Brühe und ganz definitiv Damit haben wir das Level auf jeden Fall von der Anzahl schon mal geschafft Ja, ja, das war... Ja, ja, das war... Ich glaube, das könnte das Level auch mal zu Ende sein eher und so mit der Anzahl schon mal von Leuten Und so mit der Anzahl schon mal, die guten Abend Ah, okay, meine Gebüße von höheren. Boah, das ist aber auch echt, das war ein hartes Level, ey, das ist natürlich auf Zeit der Ownerschaft, ne? Okay, okay, okay. Und jetzt, was ich jetzt schon wieder einmal sagen, was ich jetzt schon wieder habe, ich hatte mich schon wieder in dem Spielspreis, das ist ja auch schon wieder in der Art und Das ist ja, du sammelst weißt, das ist nicht so gut. Teilweise war das ja nicht du. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin.